Hallo meine lieben Fans auf meinem Forum. Ich hoffe ihr habt ganz, 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 ganz viel Spaß beim Schreiben, beim Gucken und beim Erkundigen. Und ja, habe ich ganz doll vermisst und freue mich euch ganz bald wieder zu sehen. Jetzt kannst du was erleben, eins, zwei, drei, links frei, links frei, links frei, links frei, links frei.